Guten Abend! Ist es schon dunkel draußen? Kann man von Eurem Zimmer aus schon die Sterne sehen? Die Sterne sind weit entfernt, aber einige der hellen Punkte am Himmel sind gar keine Sterne, sondern Planeten. Sie sind uns deutlich näher als die Sterne, denn sie gehören zu unserem Sonnensystem, von dem ich euch in dieser und den nächsten Gute-Nacht-Geschichten etwas erzählen möchte. Früher nannte man alles, was in der Nacht am Himmel leuchtet, Sterne, außer dem Mond natürlich. Für die allermeisten Himmelskörper ist das auch richtig, aber nicht für alle. Sterne sind Sonnen wie unsere Sonne. Sonnen senden Licht und andere Strahlung aus. Der hellste Lichtpunkt am Morgen- oder Abendhimmel, der auch Morgenstern oder Abendstern genannt wird, ist aber gar kein Stern. Es ist der Planet Venus, den wir manchmal morgens und manchmal abends sehen können. Planeten wie die Venus umkreisen einen Stern, also eine Sonne, und gehören zu einem Sonnensystem. Planeten erzeugen selbst kein Licht, sondern sie werfen das Licht zurück, das von der Sonne auf sie fällt. Das könnt ihr euch so vorstellen. Leuchtet in einem dunklen Zimmer mit einer Taschenlampe auf einen Spiegel, und zwar so, dass ihr die Taschenlampe selbst nicht direkt sehen könnt. Vielleicht haltet ihr sie wie eine Stirnlampe über euren Kopf. Die Taschenlampe, das wäre die Sonne, könnt ihr also nicht sehen. Aber ihr Licht seht ihr im Spiegel. Und so ist das auch bei den Planeten. In der Nacht können wir die Sonne nicht sehen, weil sie am Abend unter dem Horizont verschwunden ist. Aber ein Planet wirft ihr Licht zu uns zurück, wie der Spiegel das Licht der Taschenlampe. Je nachdem, an welcher Stelle die Planeten im Sonnensystem stehen, kann man außer der Venus einen rötlich schimmernden Himmelskörper sehen, den Mars. Manchmal kann man auch die Planeten Jupiter und Saturn ganz gut erkennen. Einige Planeten habe ich nun schon genannt. Um etwas Ordnung hineinzubringen, unser Sonnensystem besteht aus der Sonne und acht Planeten. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Als Eselsbrücke habt ihr bestimmt schon den Satz gehört, mein Vater erklärt mir jeden Samstag unseren Nachthimmel. Die Anfangsbuchstaben der Worte sind dieselben wie die der Planeten. Außer den Planeten gehören zu unserem Sonnensystem noch Zwergplaneten. Der bekannteste ist der Pluto. Und die Monde der Planeten, Asteroiden und Kometen. Zu allen werden wir in Gedanken reisen. Wann und wie ist unser Sonnensystem entstanden? Wenn man sich mit der Wissenschaft von den Sternen der Astronomie beschäftigt, merkt man ganz schnell, dass man vieles gar nicht begreifen kann. Unvorstellbare Entfernungen. Unvorstellbare Größen. Unvorstellbare Zeiträume. Unser Sonnensystem entstand vor etwa 4,6 Milliarden Jahren. Unser Universum ist fast dreimal so alt. 14 Milliarden Jahre. Das ist unvorstellbar lange her. Menschen wie wir, biologisch Homo sapiens sapiens, gibt es erst seit etwa 100.000 Jahren. Vielleicht hilft ein Vergleich, bei dem wir die Geschichte des Sonnensystems zeitlich schrumpfen. Wenn unser Sonnensystem vor einem Jahr entstanden wäre, dann gäbe es Menschen wie uns seit gerade einmal 11 Minuten. Also vor etwa 5 Milliarden Jahren gab es eine riesige kosmische Staubwolke. Astronomen nennen so etwas Nebel. Und man kann auch jetzt noch an vielen Stellen Nebel in Universum beobachten. Die Teilchen dieser Wolke sind Überreste von ausgebrannten oder explodierten Sternen. Diese Teilchen zogen sich gegenseitig an und bildeten immer größere Klumpen. Der größte Klumpen wurde zu unserer Sonne. Sie enthält fast alle Teilchen der Wolke. Der Rest bildete eine flache Scheibe, die sich um die Sonne drehte. Auch in dieser Scheibe zogen sich die Teilchen an und bildeten Klumpen unterschiedlicher Größe. Anfangs ging es ziemlich wild in unserem Sonnensystem zu. Die Klumpen rempelten sich gegenseitig an, stießen sich aus der Bahn oder verschmolzen miteinander. Ich habe in der Geschichte über den Mond ja schon erzählt, dass dabei auch Monde entstanden sein könnten. Schließlich hatten die übrig gebliebenen Planeten alle Klumpen und Staubteilchen in ihrer Umgebung angezogen und das Sonnensystem sah so aus wie heute. Eine Bedingung dafür, dass ein Himmelskörper Planet genannt wird, ist übrigens, dass er durch seine Anziehungskraft alle Teilchen in seiner Umgebung eingesammelt hat, wie ein kosmischer Staubsauger. Bevor wir in den nächsten Gute-Nacht-Geschichten zu Gedankenreisen durchs Sonnensystem aufbrechen, sollten wir heute noch über die Größen und Entfernungen sprechen. Für den Größenvergleich der Planeten hilft ein planetarer Obstsalat. Stellt euch vor, unsere Erde wäre so groß wie eine Kirsche. Die Venus wäre dann etwa genauso groß. Wir nehmen also zwei Kirschen. Für den Mars brauchen wir eine dicke Blaubeere. Der Merkur wäre nur so groß wie eine ganz kleine Johannisbeere. Für den Jupiter brauchen wir eine große Wassermelone. Und für den Saturn die größte Honigmelone, die ihr finden könnt. Für Uranus und Neptun kommen nur noch ein Apfel und eine Zitrone dazu. Fertig. Und wenn ihr den Zwergplaneten Pluto unbedingt dabei haben wollt, dann gebt noch einen Mohnsamen dazu. Und die Sonne? Die müsste im Vergleich dazu dreieinhalb Meter groß sein. Und so großes Obst gibt es leider nicht. Wahrscheinlich würde es auch gar nicht durch die Tür eures Zimmers passen, aber egal. Nennen wir sie einfach mal Sonnenfrucht. Für unsere Reisen zu den Planeten müssen wir noch die Entfernungen kennen. Wenn wir unsere Riesen-Sonnenfrucht am Straßenrand abladen würden, dann müssten wir die Kirsche, die steht ja für unsere Erde, 350 Meter weit wegbringen. Die Leitpfosten an einer Landstraße sind 50 Meter voneinander entfernt. Also sieben Leitpfosten weit. Für den Jupiter müssten wir schon eine kleine Wanderung von 1,8 Kilometern unternehmen. Und für den Neptun nehmen wir besser das Fahrrad, denn der wäre 10,5 Kilometer von der Sonnenfrucht entfernt. Da ist aber unser Sonnensystem noch nicht zu Ende. In der Neptun gibt es noch viele Zwergplaneten und Kleinkörper und schließlich eine Wolke aus übrig gebliebenen Teilchen aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems. Von dort kommen manche Kometen. 18 Kilometer wäre der Rand dieser Wolke von der Sonnenfrucht entfernt. Und wo ist nun die Grenze unseres Sonnensystems? Tja, wem will man das festlegen? Die Sonne sendet nicht nur Lichtstrahlen aus, sondern auch andere, unsichtbar kleine Teilchen. Man nennt das den Sonnenwind. Da, wo der Sonnenwind nicht mehr weiterweht, sondern immer schwächer wird und dann verschwindet, da könnte man die Grenze unseres Sonnensystems festlegen. Wenn wir diesen Punkt in unserem Obstsalatmodell erreichen wollten, nehmen wir besser ein Auto, denn er wäre 40 Kilometer von der Sonnenfrucht entfernt. Die Raumsonde Voyager 1 hat nach über 40 Jahren Reisezeit diese Grenze des Sonnensystems erreicht und fliegt nun immer weiter ins Universum. Aber zurück zu den Planeten. Woher weiß man eigentlich, wie es auf anderen Planeten aussieht? Menschen haben ja außer dem Mond noch keinen anderen Himmelskörper betreten. Vieles kann man mit Teleskopen erkunden. Besonders gut mit Teleskopen, die um die Erde kreisen und einen freien Blick ins All haben, ohne dass die Erdatmosphäre stört. Und man schickt Raumsonden zu den Planeten. Raumsonden sind sehr klein im Vergleich zu Raumschiffen, mit denen Menschen reisen. Darum brauchen Raumsonden weniger Treibstoff und weniger Sonnenlicht zur Stromerzeugung. Wenn Raumsonden kaputt gehen, ist das schade, aber es wird dann wenigstens kein Mensch geschädigt. Raumsonden können lange Jahre reisen und sie brauchen noch nicht zurückzukommen. Das Raumschiff, mit dem wir in den nächsten Folgen in Gedanken durch das Sonnensystem reisen werden, ist blitzschnell und vollkommen sicher. So, hier habt ihr eure Fahrkarte für das Sonnensystem. Bringt sie zu den nächsten Gute-Nacht-Geschichten mit. Und schlaft gut. Und schlaft gut.